Was geht ab, meine lieben Freunde? Euer Juni hier und herzlich willkommen zum siebten The Walking Dead Season 3 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, heute gibt es mal wieder ein gechilltes Night Let's Play und das hier wird das letzte Video auf dem Kanal für dieses Jahr sein, Alter. Und ich wollte mich an dieser Stelle nochmal an jeden Einzelnen von euch bedanken, der mich dieses Jahr so unglaublich unterstützt hat. Wir haben jetzt auf dem Kanal schon über 400.000 Abonnenten erreicht. Das ist einfach unfassbar, wie schnell sich das hier alles entwickelt. Ich wollte nochmal Danke sagen für dieses Jahr, dass ihr mich alle unterstützt habt, dass ihr meine Videos schaut und eure Kommentare, die zauern mir auf jeden Fall immer ein Lächeln ins Gesicht. Und ja Freunde, wir machen jetzt weiter mit der letzten The Walking Dead Folge. Wir haben das letzte Mal da aufgehört, wo wir diesen Jesus getroffen haben, also diesen Jesus und der will uns jetzt zeigen, wie wir nach diesem Praxton kommen, in die Stadt, wo jetzt diese Eleanor und die einen vorgefahren sind und da müssen wir jetzt schauen, wie wir da hinkommen. Und jetzt hat es genau aufgehört, wo Clementine wieder einen kleinen Rückblick bekommen hat. Also jetzt werden wir erfahren, was mit AJ passiert ist. Wir haben ja erfahren vor ein paar Folgen, dass leider Kenny gestorben ist, was ich meiner Meinung nach einfach viel zu kurz fand, die Folge. Die haben kurz nur so 10 Minuten gezeigt, ja Kenny blablabla, war immer wieder tot. Das war echt komisch gewesen, das hätten die ruhig länger machen müssen. Und ja, wir machen jetzt genau an dieser Stelle weiter, Leute. So, genau hier haben wir aufgehört, Leute. Jetzt kommt sie gleich links angerannt, ja, mit AJ. Ja, auf den Wolken. Überall die Zombies, Alter. Mann, ey, der arme Kenny, ey. Versteckt euch mal, nur warte mal schnell, 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 schnell. Oh, fuck, Alter. Ah, ah, ah. Mach auf. Was steht da jetzt? Y. Meine Güte, ey. Na super, jetzt würde ich mal die Türe schnell abschließen, ne? Der AJ, voll der süße, Alter. Der sieht seinem Vater und seiner Mutter echt ähnlich. Na super, jetzt müssen wir... Tak, 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 tak. No, psch, psch, psch. Es ist gut. Komm runter. Ich weiß, du bist getrennt. Stimme ein Lied, bedeck seinen Mund, halte ihn, summe ein Lied, ich summe ein Lied, so ein fröhliches Lied, das will ich machen. Wir werden sie warten, um sie zu gehen, und dann werden wir euch ein bisschen Essen finden. Hoffentlich finden wir uns ein bisschen Essen. Was? Ja, bewachen. Angel, bewachen, Tür verrammeln. Tür öffnen. Tür verrammeln. Oha. Wer ist das denn? Halt die Klappe und hör zu. Halt die Klappe und hör zu. Oh, die kommen jetzt alle, müssen die Türe zumachen. Komm, hilf hier. Ich hab keine Ahnung, wer das ist, Mann. Ich vertraue keinem Fremden in diesem Spiel, aber die scheint ja korrekt zu sein. Danke, schätze ich, glaube nicht. Ja, das tun wir. Komm, wir sind jetzt ein bisschen korrekter, komm. Wer interessiert, ich bin halt genug. Seine Eltern sind tot. His realen Eltern sind weg. Ich bin all das, was er hat. Dann ist er süß und Glück. Er hat jemanden, die nach ihm zu schauen. Nicht mehr davon davon. Wir waren da draußen, um nichts aus der Ordinarie, und dann... Ordinarie, und dann... Chaos, und... Shit. Die Klappe sind lang, aber Gott, wenn es genug ist, ich bin von den anderen. Wonach habt ihr gesucht? Wonach habt ihr gesucht? Was habt ihr gesucht? Was habt ihr gesucht? Gas, Wasser? Any supplies we could find, really? Sure as hell was worth it. My people are probably at the rendezvous by now. What's left of them at least? By the way, I'm Ava. And my group, we call ourselves Ach, du Scheiße. The New Frontier. Ich hab's irgendwie gewusst, Leute. Oh mein Gott. Nein, danke. Also, ich sag jetzt, nein, danke. Nein, danke. Groups aren't really my thing. No woman is an Island. Have it your way. But you did me a solid here. I won't forget it next time we cross paths. There is no next time. We'll see. The world does work in mysterious ways. New Frontier, Alter. Das sind doch diese Bastarde, was die mit ihr angestellt haben und sowas, was die erzählt hat. Wir gehen da auf keinen Fall mit, Alter. Wir können das eh nicht ändern. Das ist schon geschehen. So, und jetzt geht's wieder zurück. These tunnels were abandoned decades ago. Jetzt geht's weiter, Leute. But I've heard you can get through. Here's hoping. Javi. I need to talk to you. About? What do you want to talk to you about me and the new Frontier? But what I told you earlier, it's not the whole truth. Hä? What do you want to talk to you about? What do you want to talk to you about? I wasn't their prisoner. I was... Was? I should have told you sooner. Du hast mich angelogen. You should have. I can't believe you lied to me. After all we've gone through. I didn't know how to tell you. After what they did to your family. I'm not asking you to forgive me. But you have to understand. I had nobody. I was all alone. And I thought I didn't need them. But they were very persuasive. Mach du Scheiße, ey. Das ist nicht gut, Leute. Und AJ war bestimmt auch, beziehungsweise ist noch da. Sag, dass ich dir vertrauen kann. Sag, dass ich dir vertrauen kann. Sag, dass ich dir vertrauen kann. Keine Chance. Believe me. Ich musste nur erklären. Weil wenn sie wirklich in Richmond sind, kann ich sie nicht sehen lassen. Nein, 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 nein. Nein, du bleibst bei uns. Du planst nicht weg, Clementine. Du bleibst bei uns, Mann. Dann hörst du das? Ich komme von dort. Kannst du nichts sehen? Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Scheiße, Scheiße. Oh nein. Ach du K... Watch out, watch out. B. Stop. X. Stop. Oh nein, oh nein, Alter. Irgendwas wird hier passieren, ey. Y. Stopp. Der hilft dem Kleinen. Hilft dem Kleinen. Steil, 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 steil. Der darf nicht gebissen werden. Boah. Alter, war es ein Kick, Mann. Digga, was macht er mit denen? Dein Typ ist krank. Alter. Oh mein Gott. Wir müssen hier weg, Alter. Ich hab gewusst. Irgendwo im Tunnel. Oha. Schnell, 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 still. Akimbo, Akimbo. Zack. Boah, war das knapp, Leute. Wir müssen einen Weg finden, aber wir werden dann... Vielleicht können wir einfach durch. Well, ist es öffnet? Komm, komm, komm. Öffne die scheiß Türe hier, Alter. Bam, 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 bam. Jawoll. Kommt rein. Mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Javi und ich werden die Tür verblicken. Ihr seid, bitte, es ist klar. Mach es schnell. Wir fahren die Tür hin. Der vertraut uns nicht. Hör die Tür zu, bis ich etwas zu verbrücken kann. Hurry! Oh fuck. Da, da, da. Schnell, schnell. Reiß die Scheiße ab. Komm, 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 komm. Bam, 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 bam. Stopp. Schnell, schnell. Schnell, schnell, schnell. Mach doch, schnell. Perfekt. Okay, let's go. We gotta... Hä? Runter damit. Konrad, runter damit. Runter damit. Oh Gott, Alter. I fucking knew it. You're one of them? You're goddamn right she is. What other bullshit did you shut down the throat, huh? Lassen Sie sie. Sie ist eine von uns. Fuck fucking believable. She has a right to her secrets, like you have a right to yours. Secrets isn't the point. You're missing the bigger picture, son. Don't you see? We bring her to Richmond. They'll give us whatever we want. Medical health for Kate. She's our bargaining chip. They won't bargain with you. You don't know them. Won't know until we try. She's not a bargaining chip. She's a friend. She's a friend. Oh, I'm sure the best of the day you two would just suck it. It's not a chance in hell. Seriously? It's our best option and you know it. Hell, it's our only option. Go to hell, Conrad. I'm not doing this. If you want to shoot me, shoot me. How about I shoot your little boy brand here instead? What the fuck, Conrad? Don't let her walk through that door. Shoot him. He has to shoot anybody. Just tell Clem, this is how it's gotta be. And then we are all stepping to the sunshine. Oh Gott. Schieß auf, Conrad. Tu, was er sagt, Clem. Digga, ich vertraue Clementine von ganzem Herzen, Alter. Ich werde den erschießen. Ich erschieße den, Wichser. Ich erschieße den. Oh mein, oh mein Gott. Oh mein Gott. You two should go. What about you? I'll find my own way. Nein, nein, du bleibst bei uns. Nein. Clementine. He's dead. Oh Gott. It just happened so fast. Es musste getan werden. Du musst weitergehen. Es musste getan werden, Alter. Der Typ ist durchgedreht, Alter. Der wollte uns eh töten, bald. Ich hatte keine andere Wahl. Ich weiß. Es fühlt sich einfach anders. Let's go. Eine zweite Chance verdient. So sehe ich das auch. Fuck, Mann, Alter. Clementine. Where's Conrad? Did he not make it out? Conrad, die nerven? Ich habe keine Ahnung. Er hat es nicht geschafft. Ich sage, er hat es nicht geschafft. Das werde ich sagen. Er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. So, das ist es? Er hat es nur... Oh, Mann. Conrad! Sie gehört zu meinen. Macht die Irren wegen keinen Kopf. Sie ist abgerauen. Macht die Irren wegen keinen Kopf. Sie ist nicht unser Problem anymore. Sie ist auch weg. Gott! Was eine Sch***show! Das ist nicht, was jeder von uns wollte. Aber gerade jetzt müssen wir Kate und Eleanor finden. Junge, Junge. Es ist einfach krank, was hier abgeht. Die heutige Folge hat es in sich. Was wünschst du dir? Mann, 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 ey. Der Harvey ist aber echt korrekt. Ich hätte nicht gedacht, dass das so ein korrekter Typ ist, mal wo ich den Trailer gesehen habe. Vielleicht sind sie alle bei Mittagessen. Ja, es ist seltsam. Vielleicht haben wir nur Glück gemacht. Mann, 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 ey. Puh. Aber hier ist echt kein Mensch weit und breit, ey. Aber der Typ, der Jesus, hat echt krasse Moves drauf. Habt ihr gesehen, macht der Salto rückwärts und so alles. Oh, nein. Das sind welche, das sind welche. Ach, du Scheiße. Sie sehen uns? Ich glaube nicht. Kannst du nichts sehen, Javi? Was machen sie? Patrouillieren. Sie sind hier am Kontrollieren und schauen sich alles an. Das ist der Auto! Hey, schau, schau. Nicht so laut. Ja, genau, das ist das Auto von denen. Vielleicht sind sie, die sind niemals da drin, Alter. Niemals. Kate? Kate, kannst du mich hören? Was? Kate, sprich mit mir. Sag etwas. Javi? Ja. Du hast mir vielleicht einen Schrecken angejagt. Oh, Jesus. Du hast mich ausgeräuscht. Kate? Du bist... Du bist okay? Komm hier. Wo ist Eleanor? Ach, du Scheiße. Fuck, man, die Arme, ey. Ich werde sie nicht sterben lassen. Ich werde vernünftig mit ihnen reden. Wir haben schon genug verloren. Ich werde sie nicht sterben lassen. Das werde ich sagen. Wir werden dafür kämpfen, Alter. Wir dürfen sie nicht auch noch verlieren. Ich denke, Kate wird es nicht viel länger machen. Also es ist Zeit, wir gehen nach der Frontdecke und sagen Hallo. Okay, gut. Hier geht's. Dass er bei der New Frontier ist. Dass die ihn da wahrscheinlich großziehen werden und als Krieger machen werden. Und ja, genau da werden wir im neuen Jahr weitermachen, Leute. Genau im neuen Jahr. Und das wird dann der 2. November sein. Der 2. November, 2. Januar. Das lauere ich da. Auf jeden Fall. Lasst einen Daumen nach oben da für das letzte Video auf diesem Kanal für das Jahr 2016, Alter. Es war ein schönes Jahr. Es gab auch ab und zu ein paar Tiefen. Aber nicht jedes Jahr kann perfekt verlaufen, Leute. Ich meine jetzt nicht nur auf YouTube gesehen, sondern auch real life mäßig. Aber ja, man darf nicht den Kopf hängen lassen. Man muss immer, immer schön da an sich selbst glauben und immer nicht den Kopf hängen lassen, Alter. Ja, von diesen Worten verabschiede ich mich aus dem Jahr 2016. Danke für alles, Mann. Haut rein. Macht's gut. Und ciao.